ja hallo und herzlich willkommen hier bei münz die bau für das dabei seid hier bei construction 3 wir nehmen unseren ersten auftrag an würde ich sagen und ich glaube nicht dass das diesmal mit denen mit der mauer machen mal gucken was brauchen wir denn die eigenes fahrzeug verfügbare aufträge so hier können wir abreißen das ist halt nur drauf wir können zwar machen details doch dann sagen wir hier auftrag annehmen genau und dann gehen wir hier an auftragsübersicht ausrüstung weiter das haben wir ja nicht was das können wir auch auf jeden fall nehmen kreissäge schaufel das ist alles nicht so verfügbare aufträge auftragsübersicht so details und hier gucken wir was damit nehmen den auf jeden fall mit wortel einer 480 transport ok nächste schicht kommt machen wir nächste schicht damit wir das noch mit drin haben das ist halt dunkel so sind wir hier packen auch noch falsch rum das war glaube ich hier hinten irgendwo oder hier können wir uns außen in der anderen so mal gucken dass wir das hier hinkriegen was so 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 Das war's für heute. jetzt kommen wir mal hier dass wir das hier weg kriegen das ich das ich das ich ich Oh, das ist schön. Das war's für heute. Ah, hier haben wir Feuer ausgelegt, okay. Ah, hier haben wir hier. Das war's für heute. Ich versuche herauszufinden, wie ich das hier mache, dass das nicht auf die anderen Möbel geht. Wäre halt vorteilhaft. Das war der erste Auftrag. Irgendwann ist wieder etwas abgezogen. Jetzt haben wir den Kühlschrank. Ja. Aber das andere ist ja alles ganz noch. Mal gucken. Erfüllt. Dann gehen wir auch raus. Soll er den Rest selber wachen oder sie oder es? Dann nehmen wir die Hand in die Hand. Beenden wir den Auftrag hier. Ich beschädigte mir... Oha 320. Weiß nicht wie man es anders macht. Na nur vier, ok. Ah, gibt ein paar Abzüge. Ähm, weiter. So, sind wir wieder da. Ob wir einfach neue Aufträge jetzt haben. Ähm, verfügbar Aufträge. Ein neuer Hinzüge. Komm. Grabe. Alte Kabel aus. Okay. Und hier oben Holz raus bauen. Machen wir. Nur wir haben kein Fahrzeug, ne? Ja. Ausrüstung können wir hier. 50.000, ok. Ah, hier unten. Kompaktlader. Den können wir auch nehmen, glaube ich, dafür, oder? Gut. Jetzt haben wir gekauft, ok. Okay. Das heißt, wir gehen ins verfügbare Aufträge. Jetzt versuchen wir es mal Details. Äh, Auftrag annehmen. Details. So, dann gehen wir hier hin und sagen, äh, zuweisen. Und. Ne, äh, Kompaktlader. So, aber hier vorne brauchen wir nur noch entfernen. Ach, den haben wir hier. Brauchen wir noch? Die Leiter. Ach, ne Leiter braucht man noch, ne? Ähm, Ausrüstung. Ne Leiter. Versteht ihr die Kauft oder nicht? Wahrscheinlich ja, ich hab die mehrere gekauft bestimmt. Auftrag, so Details. Genau die Leiterung sind wir noch. Haben wir? Ja, drei Lit. Das ist gut. dann haben wir genügend dann können wir jetzt den auftag zumindest schon mal ein bisschen was tun mal gucken wie das fährt schaufelbagger ist das steht da wochen wir als erstes das botenplatten sein das könnten also hier diese dinger brauche nicht die doch hier drei stück weißt du was so die so mal gucken ist eigentlich das so Ok. Reicht das jetzt aus? Nicht so aus, ne? So, dann machen wir hier den. So, jetzt buchst mal hier ein bisschen. Hm. Dann können wir ja auch den Radladower holen. Okay. 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 Damit kommen wir gar nicht dahin ist. So, so, so. So, wie machen wir denn die andere? Uh-huh. Das kriegen wir halt nicht hin. Jetzt auch drauf, wie einmal auf Schleifstelle, ne? So, dann kommen wir auf. So, wie immer ein paar Häuser fahren? Also nee, da schauen wir mal. So, ich kann mich noch mal haben. So, weißt du hier. So, zwar, du hast du da. So, jetzt Blindkirchen? So, ich konnte wir mal nicht dulen. Das ist ein schweil. So, das ist so, wie ich noch nicht. Warum geht da drüben nicht weiter? Da muss doch hier oben der Winkel auch noch funktionieren. So. Immer 3, das müsste ja eigentlich passen. Vielleicht ist es aber nicht der erste wo es hin muss. Vielleicht müssten wir sogar zuerst hier drüben. Wir können ja erstmal ein paar nach hinten packen. So. 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 So, dann kann ich es nicht aufnehmen. Okay, das hat jetzt funktioniert, bau den Boden, ja, okay, aufsteigen. Wo könnte das jetzt hier sein, bau den Boden, aber jetzt zeigt er ja die Bretter an, ne, so, oh ne, und Steuerung einfach bücken, manchmal ist es so einfach, ne, und jetzt, okay, die Platten, neun Stück. So, mal gucken. Welche Platten, die erfahren wir, ne. Man weiß es nicht, ähm, wir haben jetzt hier diese Platten und hier sieht es nach Holzabwehrung. Was ist denn da? Holz. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Da steht, blockiert. Oh oh oh. Das kann ich sagen, dass ich die Reine habe. Nothin' you know. das material aus werden die auch platten auch her tragen können jetzt müssen wir die wände stellen da muss ich mal gucken, ein bisschen habe ich ja schon hingestellt brauchen wir noch Holz erstmal machen wir hier weiter so erstmal hier hin dann können wir hier wieder hin das ist im Prinzip halt auch ganz cool, dass man alles was in der Nähe ist nicht funktionieren dann müssen wir auch mal weg hier dann müssen wir auch mal weg hier auch mal ein bisschen Holz rein ne oh was fehlt da noch ja okay das passt jetzt für dich alles cool, dann soll ich hier so ein Haus bauen schon am Anfang ist schon mal gut ach ja dann laufen wir hier rum das ist auch mein Mann, mein Mann das ist auch mein Mann, mein Mann das ist wirklich wir können jetzt mal laufen das ist ja schon mal hier drüber Alles läuft schon mal gut, aber wir sind schon bei einer halben Stunde, da werden wir den Auftrag heute nicht erst hören. Aber dann gehen wir hier in der nächsten Folge wieder ran. Ja, von daher hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst doch gerne noch den Daumen da und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Und dann in der nächsten Folge.